Nach der kleinen filmischen Anekdote noch eine letzte Anmerkung. Ja, die Polizei hat mich danach natürlich gleich wieder kontrolliert mit fünf Menschen, zwei Minuten nach der letzten Aufnahme, um mir zu sagen, ich hätte zu aggressiv gefilmt. Und was ich darüber mache und dass ich Menschen dadurch angemacht hätte, dann haben sie einen Ausgleich mit Interpol abgeglichen und meinte, ja, ich habe nur irgendeine Sachbeschädigung. Ich weiß nicht, ob es Interpol oder sonst wo war, aber ja, gleich.